Wir werden jetzt ehrgeiziger. Wir werden uns unsere ersten zwei richtigen Programme anschauen. Und zwar zunächst mal ein Programm zur Addition von Dezimalzahlen. Da wissen Sie den Algorithmus schon, aber wir werden ihn umsetzen in einem Programm. Und dann werden wir unser Programm anschauen zum Finden eines Musters in einem Text. Das ist das, was abläuft, wenn Sie in Ihrem Texteditor die Funktion Suche oder Find aufrufen. Da geben Sie ein kurzes Wort ein und Sie suchen nach Vorkommen von diesem Wort in einem langen Text. Jetzt zunächst mal die Addition. Also ich erinnere Sie nochmal, wie man agiert. Ich habe hier hingeschrieben zwei Dezimalzahlen. 4.723, 5.448. Wir schreiben die zwei Zahlen übereinander und beginnen dann bei den einen. Wir schreiben eine Null darunter, weil auf der einen Stelle gibt es keinen Übertrag. Und addieren 3 plus 8 plus 0, das gibt 11. Also wir schreiben als Ergebnis das 1 und als Übertrag ein 1. Dann 2 plus 4 plus 1, das ist 7. Und der Übertrag ist 0. Dann 7 plus 4 plus 0, das ist 11. Also die Summe ist 1 und der Übertrag ist 1. Und schließlich 4 plus 5 plus 1, das ist 10. Also Summe 0, Übertrag 1. Das heißt, das Ergebnis ist 10.171. Und hier unten habe ich Ihnen aufgeschrieben, wie wir vorgegangen sind. Der Übertrag in die letzte Spalte ist 0. Wir addieren immer die drei Ziffern in einer Spalte. Nennen wir die Summe Groß S. Wenn die Summe größer ist als 10, dann ist der Übertrag 1. Und die Summenziffer ist das S minus 10. Wenn das S kleiner gleich 9 ist, dann ist der Übertrag 0. Und die Summenziffer ist S. Jetzt schreiben wir das als Programm hin. Führen wir erst Bezeichnungen ein. Wir haben unsere beiden Zahlen A0 bis A3. Die Zahl A, die hat vier Ziffern. Und die nenne ich A3 für die Tausender, A2 für die Hunderter, A1 für die Zehner, A0 für die Einer, entsprechend für die zweite Zahl. Das ist das B. Und die Summe hat dann eine Ziffer mehr. Geht also von S4 bis S0. Und dann haben wir im Programm auch noch eine Variable für den Übertrag C. Und was machen wir jetzt? Wir setzen den Übertrag auf 0. Das ist das hier. Der Übertrag ist die letzte Spalte, ist 0. Dann geben wir die Spalten durch. Und zwar von rechts nach links. Also wir haben eine Schleife für I von 0 bis 3. Tun wir was. Wir bilden die Summe aus der A-Ziffer, der B-Ziffer und dem Übertrag. Wir nennen die Summe S. Wenn das S kleiner gleich 9 ist, dann ist die Summenziffer an dieser Stelle das S. Dann ist SI gleich ergibt sich zu S. Und der Übertrag ist 0. Das ist diese Regel hier. Und im anderen Fall, wenn das S größer gleich 10 ist, dann ist die Summenziffer das S minus 10. Und der Übertrag ist 1. Und wenn wir dann ganz vorne herauskommen, dann setzen wir noch das S4, also das vorderste Ziffer, auf den Übertrag in die vorderste Stelle. Also machen wir das nochmal an unserem Beispiel durch. Wir haben das C gleich 0, das ist das hier. Dann addieren wir 3 plus 8 plus 0, das ist 11. Und das heißt, das große S ist jetzt 11. Das S ist nicht kleiner gleich 9, sondern das ist größer gleich 10. Deswegen ist das SI ist gleich 11 minus 10, also 1. Und der Übertrag ist auch 1. Und so geht das jetzt weiter. Und das Schöne an dem Programm ist, das verallgemeinert sich problemlos auf endstellige Deziminalzahlen. Also wir haben jetzt beliebig viele Stellen. Und etwa die Zahl 1 hat die Ziffern 0 bis n minus 1. Die haben wir durchgenummeriert, also n Ziffern. Entsprechend das b. Und das Ergebnis dann eine Ziffer mehr. Und wir haben auch noch den Übertrag von vorher. Und der einzige Unterschied zu dem Programm vorher ist, dass wir die Schleife nicht laufen lassen bis 3, sondern jetzt bis n minus 1. Also alle Ziffern durch. Und das addiert jetzt eine endstellige Dezimalzahl. Überlegen wir uns auch noch kurz die Laufzeit von dem Programm. Wir haben hier außen einen Befehl. 1. Dann machen wir n mal. Was? Wir haben hier einen Befehl. Dann machen wir Abfrage. Dann führen wir das aus oder das aus. Also nochmal ein Befehl. Das heißt, das zusammen gibt uns 3n. Und dann am Schluss haben wir noch den Befehl, dass wir den Übertrag schreiben in die n-te Stelle. In die n plus erste Stelle. Also die Laufzeit insgesamt ist 3n plus 2. Befehle werden hier ausgefüllen. So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Beispiel. Man kann nicht nur mit Zahlen rechnen. Ein Wort ist eine Folge von Buchstaben. Zum Beispiel Hoffnung. Wir wollen feststellen, ob ein Wort, und das nennt man hier in diesem Zusammenhang meistens Muster oder Pattern, in einem anderen Wort vorkommt. Etwa der Text könnte sein A, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B. Und das Muster ist A, B, A, B. Wir machen das Offensichtliche. Wir legen das Muster an jeder Stelle des Textes an und vergleichen Buchstabe für Buchstabe. Wenn wir dabei bis zum Ende des Musters kommen, dann haben wir ein Vorkommen gefunden. Wenn wir vorher auf ungleiche Buchstaben kommen, passt das Muster an dieser Stelle nicht. Also probieren wir es aus. A, A, B, A, A, B. A, B, A, B. Wir legen das Muster hier an. A, B, A, B. Wir vergleichen. Passt. Passt nicht. Das heißt, wir schieben das Muster eins weiter. A, B, A, B. Passt. 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 Passt nicht. Das geht also auch nicht. Wir schieben es wieder eins weiter. A, B, A, B. Passt schon ganz vorne nicht. Wir schieben es wieder eins weiter. A, B, A, B. Passt auch schon ganz vorne nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig untereinander geschrieben habe. Nein, ganz vorne passt es. Ganz vorne passt es. Ganz vorne passt es. Hier passt es. Hier passt es. Hier passt es. Und wir haben ein Vorkommen gefunden. Schreiben wir das auch wieder als Programm. Also an jeder Stelle des Textes anlegen. Das heißt, wir legen das Muster zuerst am Anfang des Textes an und schieben es nach jedem Probieren. Erfolgreich oder nicht erfolgreich. Um eine Stelle nach rechts. Um eine Stelle nach hinten. Also hier ist das Programm. Wir nehmen an, der Text hat N Buchstaben. Und jetzt ist es bequem, dass ich sie von vorne her durchnummeriere. Und das Muster hat K Buchstaben. Als Muster steht dann P0 bis PK-1. Also das T steht für Text. P habe ich hier genommen, weil das im Englischen Muster Pattern heißt. Was machen wir dann? Das hier sagt, wir legen das Muster an jeder Stelle an. Und die letzte Stelle, wo wir es anlegen müssen, ist die Stelle N-K. Denn danach, wenn wir es weiter rechts anlegen, schaut das Muster ja rechts über den Text hinaus. Und dann passt das sicher nicht. Jetzt müssen wir prüfen, ob das Muster passt. Also wir legen das Muster an der Stelle I an und gehen jetzt alle Ställe des Musters durch. Am Anfang nehmen wir an, es würde passen. Jetzt gehen wir die Stellen des Musters durch. Also für J von 0 bis K-1 machen wir was. Wir vergleichen die J-Stelle des Musters mit der I plus J-Stelle des Texts. Warum das? Ja, wenn wir das an der Stelle I anlegen, dann liegt, also haben wir hier den Text I und drunter haben wir das P0. Dann steht hier das T plus I plus 1. Drunter steht das P1. Das Ti plus 2. Drunter steht das P2 und so weiter. Das heißt, wir vergleichen Ti plus J mit PJ. Wenn es ungleich ist, dann setzen wir das P2 auf falsch. Ja, denn wir haben auch ungleich gefunden. Sonst tun wir nichts. Das P2 behält sein Wert. Das kann immer noch wahr sein. Das kann auch so ein Fals sein. Und wenn wir aus dieser Schleife herauskommen, dann, und das P2 ist immer noch wahr, dann drücken wir das I für ein Vorkommen von dem Muster in dem Text. Jetzt, dieses Programm ist nicht sonderlich elegant, denn wenn wir feststellen, dass das Muster nicht passt, dann machen wir immer noch weiter. Und deswegen werde ich Ihnen in der nächsten Einheit eine wesentlich elegantere Lösung für dieses Problem zeigen.